Oida! Was geht ab Leute? Team Babbelt hier! Heute mit einem Showmatch zwischen Burning Abyss und Monarchen. Burning Abyss ist ja jetzt wieder im Common mit den Phantom Knights und Speed Roids bei Quantum und dem ganzen Zeug. Und eben auch mit der neuen Beatrice aus der Premium Gold, die jetzt dann am Donnerstag erscheinen wird. Deswegen haben wir hier mal ein Showmatch. Wir werden drei machen gegen die drei Topdecks des Meta. Heute Monarchen, dann noch Cosmo und Dracopulse. Dann schauen wir mal wie Bea mit der neuen Beatrice so gegen das Meta mithalten kann oder ob es mithalten kann. Und heute eben zuerst gegen Monarchen und viel Spaß beim Duel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020